Ginrin Karaschigoi von Momotaro, 82 cm frischer Samsai, haben wir als Nisai gekauft, der ist gewachsen ohne Ende, frisst da wie ein Pesaiger, also Ginrin Karaschi, wir brauchen halt jetzt noch Body, müssen wir gucken, ich weiß jetzt das Nisai Maß nicht, muss ich nachschauen, das Zertifikat ist da, also unglaubliches Wachstum, der ist agrar, der ist nicht krumm, aber er wütet ganz schön in der Messwanne, jetzt müssen wir gucken, ob wir noch ein Bild kriegen, ansonsten kommt er wieder rein, sehr langer Kopf, also der wird er länglich groß, vielleicht 60 Meter, mal gucken, wir haben ein schönes Becken für den Kerl, also für die Dame, mal schauen.